Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 Autostartprogramme hinzufügen und somit Apps beim Hochfahren automatisch aktivieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall möchte ich beim Start von meinem PC, dass sich einfach Spotify und auch der Google Chrome Browser automatisch öffnet, dass ich das nicht immer manuell machen muss. Und das machen wir jetzt auch mal. Hierzu muss ich bei Programmen wie zum Beispiel Google Chrome eine Verknüpfung in einen bestimmten Autostartordner legen. Hierfür mache ich erstmal einen Rechtsklick hier drauf, um jetzt hier unten eine Verknüpfung erstellen zu können. Das wird auch schon automatisch gemacht und danach muss ich jetzt natürlich auch noch meinen Autostartordner öffnen. Dazu auf der Tastatur die Windows-Taste plus R gleichzeitig drücken und es öffnet sich auch schon ausführen, wo ich jetzt mal noch Shell Doppelpunkt Startup eingeben muss. Danach das Ganze mit OK bestätigen und es öffnet sich auch schon automatisch. Das ist unser Ordner, wo wir Google Chrome jetzt hineinziehen. Ich mache also einen Linksklick hier drauf, ziehe das Ganze in den Ordner rüber und jetzt öffnet sich Google Chrome auch schon automatisch, wenn ich meinen PC hochfahre. Doch jetzt schauen wir uns mal noch an, wie das Ganze bei Apps wie zum Beispiel Spotify richtig funktioniert. Da können wir jetzt nämlich nicht so einfach eine Verknüpfung erstellen und das Ganze in unseren Ordner ziehen. Doch hierfür gibt es natürlich auch noch eine Lösung. Und zwar müssen wir hier unten links einmal die entsprechende App suchen. In meinem Fall ist das ja Spotify. Dann kann ich hier einen Rechtsklick drauf machen und normalerweise gibt es jetzt nämlich auch noch hier den Reiter App-Einstellungen. Da klicke ich einfach einmal drauf und wir kommen auch schon zu den speziellen Einstellungen von Spotify. Natürlich kann das hier auch etwas anders ausschauen, wenn ich eine andere App habe. Doch bei Spotify ist es so, wird bei der Anmeldung ausgeführt. Im Moment ist das Ganze ausgeschaltet und wenn ich auf diesen Balken draufklicke, dann habe ich es auch schon aktiviert, dass beim Hochfahren von meinem PC Spotify automatisch gestartet wird. Und somit haben wir jetzt bei Windows 10 Autostartprogramme und vor allem auch Apps schon richtig hinzugefügt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und noch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.